Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Erstmal nur mit uns beiden. Wir haben nämlich großes vor, würde ich sagen. Date Night? Wer weiß das schon? Ja, wir fahren mit dem Auto. Das ist für uns auch sehr ungewöhnlich, dass wir in Bremen mit dem Auto fahren. Und ja, unser schönes Auto ist wie alt? Es wird jetzt 16? Es müsste 16 Jahre alt sein, unser VW Golf. Hat uns nie im Stich gelassen. Auch wenn er so lange in der Garage stand und im Winter dann irgendwie nach zweieinhalb Monaten erst wieder gebraucht wurde. Er ist immer angesprungen. Also ja, ich habe den Wagen gerade noch mal geputzt irgendwie. Und ja, möchtest du noch was sagen? Wir fahren jetzt zu einem Autohaus und machen eine Probefahrt und vielleicht kaufen wir uns ein neues Auto. Aber das wird sich erst entscheiden nach der Probefahrt. Ja, dann würde ich mal sagen, geht's jetzt los mit dem Vlog. Wir sitzen immer noch im Auto oder schon wieder, würde ich sagen. Und zwar sitzen wir jetzt in dem uns ausgesuchten Auto oder wie man das in unserem... Ja, was wir uns ausgesucht haben gestern schon und machen jetzt die Probefahrt hier über die Autobahn. Ich kann noch nicht viel sagen. Ich sitze bequem. Vom Äußeren total schick alles irgendwie, was auf mich wirkt. Aber Stefan kann wahrscheinlich mehr sagen, weil er fährt den Wagen ja ganz mutig hier mit Automatik. Das ist nicht mutig. Ich bin es ja noch ein bisschen gewohnt aus den USA. Ich komme mir vor wie in so einem Raumschiff, wenn ich also unser altes Auto dagegen betrachte. Hier alles mit Monitoren oder Display. Ja, genau. Das kennt ihr ja gar nicht. Wir kennen gar nichts. Unser einziges Extra, was wir hatten in unserem Auto oder noch haben, ist eine Klimaanlage und die elektrischen Fensterheber. Genau. Und jetzt hast du gerade gemerkt, man kriegt sogar angezeigt, wenn ein Auto hier im toten Winkel ist irgendwie. Das wird für die meisten Leute alles ganz normal sein. Für uns ist das alles Neuland. Ich weiß auch nicht, bist du entspannt beim Fahren? Also ich bin ein bisschen angestrengt. Ich kann das jetzt noch nicht so irgendwie so ruhig hier auch als Beifahrer angehen. Nein. Also ich merke, jetzt habe ich das schon so das Gefühl, wie es im Urlaub war, wenn man den Mietwagen in Empfang genommen hat und fährt die ersten Kilometer, ist man so ein bisschen natürlich vorsichtig. Ja. Aber ich muss sagen, das ist ein super Fahrgefühl für mich. Ich glaube, wir müssen jetzt hier schon wieder runterbringen rum. Ja, das ist schon klar. So lauter sappeln muss man natürlich auch aufpassen. Ich habe das alles im Griff. Das ist gut. Ich wollte nicht ablenken, aber ich muss sagen, also... Der Wagen riecht total neu, weil er ja, also wie gesagt, neu ist. Ja. Wir haben ja schon gesagt, also das ist wirklich ein Neuwagen. Der hat 17 Kilometer auf dem Tacho gehabt. Genau. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wo es hier steht, kann ich dir nicht sagen. Das sehe ich noch nicht so ganz. Das weiß ich auch noch nicht. Das ist alles gerade zu viel. Und ja, also ich bin, glaube ich, angestrengter als du. Ich weiß es auch nicht. So, dann wieder runterfahren von der Autobahn. Und dann fahren wir zurück zum Autohaus. Und werden wir gleich mal sehen, wesentlich der Wagen im Stadtverkehr. Da wird dann der schön Stau sein. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum ich gerne Automatik haben möchte. Weil hier in Bremen ist eigentlich fast immer Stau. Wie da hinten auch gerade auf der Gegenfahrbahn. Genau, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und da muss man also ständig, nämlich Bremse, Gas und dann die Gänge wieder wechseln. Und dann ist man schon genervt. Und ich erhoffe mir jetzt hiervon, von dem Automatikwagen, dass diese Nerverei oder dieses genervt sein dann aufhört. Ist natürlich die Frage, hups, müssen wir es links abbiegen oder rechts abbiegen? Das weiß ich gerade nicht, wo wir hier rauskommen. Ich kriege die Krise. Bremen nach links. Das ist natürlich kein Stau jetzt, wo ich mitgehofft habe, dass man es mal ausprobieren kann. Ja, also eine Stunde wurde uns hier, wie nennt man das, also angedacht, dass wir eine Stunde hier mit dem Auto erstmal zum Testen fahren. Wir sind, glaube ich, viel zu schnell wieder zurück irgendwie, wenn das so weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob dir das reicht. Ein bisschen fahren wir ja noch. Muss wir noch irgendwie einen Schlenker fahren oder irgendwas. Musik gibt es auch. Aber roten, nee, wollen wir gar nicht hören. Rote Ampeln ist aber auch so ein bisschen wie Stau, ne? Ja, aber man muss nicht ewig die Kupplung durchtreten, wie so ein Wahnsinniger. Nur die Bremse leicht antippen. Genau, dann wirst du über die roten Ampeln wohl nicht mehr so schimpfen wie sonst. Das meine ich ja. Ich bin gespannt. Ah, der Stau kommt endlich zum Testen. Oh. Wobei es sich bei dem Stau ja eigentlich nur um eine rote Ampel wieder handelt. Ja, manchmal gibt es viele in Bremen. Ja, also wir haben aber, wie gesagt, gesehen, hätten wir die Autobahn in die andere Richtung gewählt, dann wären wir richtig in den Stau geraten. Hätte auch die Stunde nicht ausgereicht, die wir haben für die Probefahrt. Nee, um nur zurückzukommen. Wäre wahrscheinlich Alarm im Autohaus. Wo ist unser Auto geblieben? Sollten wir uns jetzt aber ganz schnell und spontan tatsächlich hier für dieses Auto entscheiden und es sollte alles irgendwie schnell zugelassen werden, hat Stefan schon gemerkt, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben den Wagen, unseren alten Wagen, den wir da natürlich dann in Zahlung geben, leider vollgetankt. Und da ist noch reichlich was drin, oder? Das ist ungefähr noch halb voll, oder? Ja, das ist schon. Ja, das ist heute schon ein kleiner Schatz im heutigen Zeitalter. Eben. Ich weiß ja auch nicht, wenn man jetzt einen Wagen kauft, kriegt man den vollgetankt. Kann ich gar nicht sagen. Natürlich nicht. Ist bei diesem hier schon, oder bei unserem alten schon 16 Jahre her. Der ist ungefähr so voll, naja, nicht ganz. Ein bisschen leerer als bei uns. Aber vielleicht passt hier mehr rein als in unseren Tank. Das ist möglich. Dann haben wir einen fairen Tausch gemacht. Ja gut, was sollen wir hier jetzt noch großartig testen? Es ist eh alles besser, als was wir hatten. Dann war mir auch schon vorher klar, dass die Probefahrt eigentlich ein bisschen Quatsch ist. Weil es sowieso, wie gesagt, es kann nur besser werden. Ja. Also für mich wird es eine Umstellung sein, weil ich bin ich schon mal Automatik gefahren. Ja, im Urlaub. Und so Simity Nationalpark zum Beispiel. Ach so, stimmt. Wir hatten ja immer solche Autos. Ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also, ja, und liebe Leute, ihr wisst ja, also wie ungern ich mich an solche Sachen irgendwie gewöhne und damit auseinandersetze. Alleine wahrscheinlich mit diesen ganzen Extras hier das Handbuch zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen, habe ich schon mehr keine Lust zu. Keine Lust. Als wir in den USA waren, habe ich noch nie so ein Handbuch gelesen. Was interessiert mich das alles? Na, wenn ich schon so Schikimiki habe, will ich auch wissen. Das ist kein Schikimiki. Das ist Standard. Ja, aber da muss ich auch wissen, wie gesagt, mit diesem toten Winkel und so, das hätte ich gar nicht... Ich habe mich nur gewundert, warum dieses gelbe Licht hier ewig blinkt. Ja, muss man ja. Und dann habe ich gedacht, ah, wenn das Licht aufhörte, sieht man ein Fahrzeug im Spiegel. Muss man ja alles wissen. Deswegen muss man sich das alles durchlesen, was man hat und was es bedeutet. Also, so geht es mir jedenfalls. Aber Lust habe ich dazu nicht. Aber ich weiß... Ihr wisst ja, ich fahre nicht gerne Auto und wenn wir tatsächlich ein neues Auto kaufen, dann bist du bestimmt erstmal liebend gern hier der Fahrer und liebst diese Technik und fährst gerne. So habe ich da auch Lust zu. Sogar in Bremen zu fahren. Aber man kommt ja kaum voran, wenn man es sieht. Das ist ja ein Wahnsinn. Aber ich merke es jetzt schon, ich war ja zum ersten Mal in Bremen jetzt Automatik, dass es einen wirklich deutlich weniger stresst und nervt. Ja, meinst du, es hat schon jemand irgendwie erkannt an irgendwas? Ich würde es nicht erkennen. Ich bin auch mit Autos, Automarken und Automodellen völlig überfordert. Ich werde schon wieder vergessen, wie dieses Modell hier heißt. Aber ich kann so viel verraten. Es ist ein Volkswagen. Genau, wir sind dem Volkswagen treu geblieben. Haben wir immer gute Erfahrungen mitgehabt. Dein erstes Auto war auch ein Volkswagen. Das war ein Golf LX in Läsergrün Metallic. Der war mega. Und dann noch für die Zeit. Also der war klasse. Der sah echt super aus. Machst du mal noch Spaß oder bist du durchgeschwitzt? Ich bin überhaupt nicht durchgeschwitzt. Achso. Bist du durchgeschwitzt? Ich bin ja erst mal nur nach der Optik gegangen. Ich gestehe das. Kannte dieses Auto aber auch noch nicht so. Ich habe es zwei, dreimal schon auf der Straße gesehen. Tatsächlich? Ja. Weil ich den Namen nicht kannte. Für dieses Volkfragen. Das Modell nennt sich... Nicht verraten! Wieso nicht? Weiß ich nicht. Also ich muss sagen, ich war ganz scharf auf den T-Roc. Den habe ich gesehen irgendwie. Und ich war hin und weg. Obwohl für mich ist ein Auto nur ein Auto und mehr nicht. Aber dieses Auto hat mich so dran verliebt. Haben wir uns gestern angeguckt und habe gedacht, das ist für mich eine Nummer zu groß. Also das ist ein schönes Auto. Aber ich glaube, da würde ich mich gar nicht mehr hinter Steuer trauen. So ein Quatsch. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Also wie heißt das Auto jetzt? Ähm... Ist ein bisschen größer als unser Golf. Also das muss ich mal sagen. Das ist wirklich größer. Also hier drinnen auf jeden Fall. Von außen sieht man sich unbedingt, dass es so viel größer ist. Aber hier vom Innenraum her ist es auf jeden Fall größer. Haben wir auch eine Armlede? Habe ich auch. Sehr gut. Ach stimmt. Das wollte ich auch unbedingt haben. Die Leute werden sich alle kaputt lachen, weil das alles ein normaler Standard ist. Aber für uns eben nicht. Wir kommen aus der Vergangenheit. Ich habe das schon nicht gerafft, dass du den Schlüssel da nicht reinstecken musstest in das Schloss. Aber gut. Das war bisher bei allen Autos, die ich außer unserem Auto gefahren bin. Das war, als wir Mietwagen hatten, war das auch schon so. Da bin ich ja wieder ins Autohaus gegangen und habe gefragt, ob sie mir was bezeigen können, wo man den Schlüssel reinsteckt. Und da haben die so kaputt gelacht da. Ja. Und bei den Wagen, die wir in den USA hatten, bei den dreien, war es alles mit Knopfdruck. Nun, was ich mich jetzt wundere, es gibt doch auch so Autos, wo, wenn man irgendwo wartet, dass der Motor ausgeht. Das ist bei diesem hier nicht. Ach so. Stimmt. Habe ich auch schon oft miterlebt. Kann man bestimmt irgendwo noch einstellen. Oder ob man es überhaupt haben will. Weiß ich nicht. So. Jetzt werden wir hier abbiegen und dann ist gut. So. Da ist auch nochmal unser altes Auto. Das sehen wir heute zum letzten Mal. Diesen Augenblick. Wir haben alle Sachen, die wir noch im Auto hatten, die wir noch brauchen, haben wir rausgeholt. Ja. Ja und jetzt... Lassen wir ihn hier stehen. Ja. Wir haben alles klar gemacht. Bis unser neues Auto fertig ist. Gott sei Dank müssen wir nicht zu Fuß nach Hause gehen von hier. Weil das wäre echt elendig weit. Polanterweise oder servicemäßig, ich weiß nicht wie man das nennt, wir haben Fahrkarten für die Straßenbahn bekommen, die gleich um die Ecke da ihre Haltestelle hat. Also das nenne ich mal Service. So und auf dem Weg zur Straßenbahn gehen wir noch einmal kurz gucken an das zu dem Auto, was uns dann bald gehört. Hat ja fast dieselbe Farbe. Ja, aber es sieht viel sportlicher und schnittiger aus, muss ich sagen. Also top. Sport. Sportlich würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, also das ist jetzt glaube ich erstmal nicht mehr für euch drin. Da müssen wir mal gucken. Das zeige ich aber anders meine Dame. Also ich werde doch jetzt nicht wegen eines neuen Autos mein ganzes Leben umstellen. Ne, aber jetzt ist erstmal wieder hier, wie heißt das? Sparhands angesagt oder wie heißt das? Sparen kann man immer mal. So, auf geht's zur Straßenbahn. Da sparen wir schon genug. Benzin. Genau. Man sagt auch, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, also vielleicht sagt man das in anderen Städten auch. Hier sagt man eher Strapazenbahn und nicht Straßenbahn, weil je nachdem welche Linie man erwischt, ist das kein Zuckerlecken. Das Fahren in der Straßenbahn ist immer eine Strapaze, muss ich sagen. Immer. Ja, so kann ein Paket von Holy aussehen. Machen wir das Ganze mal auf. Ich finde das Design immer so toll. Auch von den Paketen. So, Papier kommt raus und dann haben wir hier drin Apple Alligator. Bin ich mal gespannt. Passend dazu auch Shaker. Einmal mit dem Alligator drauf und einmal ganz neutral. Kuh habe ich auch noch nicht gesehen. In Schwarz. Ja, für den Anfang, wenn man Interesse hat und noch nicht weiß, weil es gibt echt viele Sorten und das sieht alles so exotisch und super aus und schmeckt auch super. Dann können wir diese Trial Packs empfehlen. Wir haben auch einen Link in der Beschreibung, wo ihr das Ganze dann bestellen könnt. Wir haben auch zwei Codes, wo ihr dann noch ein bisschen sparen könnt. Die stehen da auch. Und ja, ich kann es kaum erwarten. Vor allem jetzt gerade super Wetter. Das sind sie. Die Probier Packs. Gibt es einmal mit Holy Ice Tee mit verschiedenen Sorten. Ein Wahnsinn, was es da für eine Palette an Geschmacksrichtungen gibt. Und einmal das Gleiche mit den verschiedenen Energy Sorten. Das ist für den Anfang echt das Beste. Da kann man sich aussuchen danach, was man am liebsten mag. Nicht nur der Geschmack ist gut, sondern auch der Inhalt. Da ist nämlich nicht so viel Bullshit drin, sage ich mal. Also Taurin ist zum Beispiel nicht drin, aber es wirkt trotzdem. Also ja, man braucht keinen Mittagsschlaf zu machen. Also das ist jetzt bei Stefan oft der Fall. Der pfeift sich dann lieber so ein Energy hier rein. Und ja, ich mache es einfach, wenn ich produktiv sein möchte. Zum Beispiel vor der Playstation sitzen will, aber noch ein bisschen zu müde bin. Egal, beim Mischen, beim Anfertigen, ja, habe ich schon diesen sauren Apfelgeruch gerochen. Und ich glaube, John hat einen neuen Favorit. Probiert es gerne aus, Apfel-Alligator. Szenenwechsel und damit ein neuer Tag. Wir haben was ganz tolles vor heute. Ja, es geht zu Radio Bremen für uns, weil heute ist Tag der offenen Tür. Ja, Radio Bremen, für die, die es nicht wissen, ist ein Sender der ARD. Und solange wie ich denken kann, solange wie ich in Bremen wohne, gibt es diesen Sender Radio Bremen. Und es ist für mich ganz selbstverständlich ist, dass wir ein Radio- und Fernsehsender hier in der Stadt haben. Was ja eigentlich was ganz tolles ist, dass man also immer regionale Nachrichten bekommt oder News aus der Region. Sowohl eben im Rundfunk als auch im Fernsehen. Und wenn ich mal zurückdenke, was dieser Sender alles Tolles auf die Beine gestellt hat, vergisst man so schnell. Also Loriot hätte es nicht gegeben ohne Radio Bremen. Rudi Carell hat hier seine Anfänge gemacht. Mit der Rudi Carell Show. Stefan und John. Genau. Und auch Happe Kerkeling hat hier seine Anfänge gemacht. Alle Namen höre ich zum ersten Mal, außer Loriot. Kenne ich aber auch nur Vicky. So ist das eben mit neuen Generationen. Ja, da gehen wir heute mal hin und gucken uns mal heute an, was man sich da so angucken kann. Live aus dem Eventstudio an der Weser. Herzlich willkommen am Tag der offenen Tür zu 3 nach 9. Bitte begrüßen Sie auf der Bühne Buten- und Binnenmoderator Felix Kolmer. Moin zusammen. So, jetzt sind wir auch schon da auf dem Gelände von Radio Bremen und waren auch schon in einem TV-Studio eben drin gewesen. Und zwar von 3 nach 9. Habe ich vorher noch nie von gehört, aber war mal ganz interessant, weil es auch dasselbe Studio war, wo sonst auch aufgenommen wird. Genau, es ist also eine Talkshow von Radio Bremen. Es ist die erste Talkshow, die es überhaupt im Fernsehen gegeben hat. Interessant fand ich eben, dass wir den Kameramann gesehen haben, mit dem John damals seinen Film gedreht hat. Und auch den Werbespot. Auch den Werbespot, genau. Und der Film hieß ja, warum hast du kein Taxi genommen? Und ja, John war noch ganz klein damals und der Kameramann arbeitet hier bei Radio Bremen. Da kommen wieder wahrscheinlich die Fragen, wo man den Film gucken kann. Und da fragt ihr wirklich die Falschen, weil ich selber weiß das auch nicht. Also ich habe so eine DVD oder eine Blu-Ray davon. DVD. DVD. Aber sonst kann man das gar nicht mehr gucken, oder? Es war mehr so auf Premieren gezeigt worden, oder? Auf Festivals. Das war ein Filmfilm-Festival und sollte auch mal im Fernsehen gezeigt werden. Ist er vielleicht schon, keine Ahnung. Rundfunk. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ein buntes Programm vor uns heute, wo man sich alles zum Thema Radio Bremen, Fernsehen und Rundfunk angucken kann. Rundfunk. Ja, herzlichen Willkommen bei unserer Studioführung. Ich bin angeklült für Reporterinnen und Redakteuren seit mittlerweile 20 Jahren jetzt. Ich nehme jetzt Lars Hosenträger, der Redaktionsleiter von Guten und Binnen. Ja, und was für mich natürlich auch zu Radio Bremen gehört, ist die tägliche Guten-und-Binnen-Sendung. Also so ein Regionalprogramm, wo dann Nachrichten und News aus der Region gezeigt werden. Da waren wir eben im Studio drin. Ja, war sehr interessant, weil das Ganze, ja, da gibt es gar kein richtiges Kamerateam, weil das alles automatisch mit KI funktioniert. Hier haben wir die Möglichkeit, der Computer, der im Hintergrund läuft, zu sagen, tausche bitte das, was grün ist, gegen ein anderes Bild aus. Was Sie kennen, eventuell, wenn Sie am 15.5. oder 16.5. zwei Tage nach der Wahl unsere Sendung gesehen haben, wir können hier die Wahlergegnisse rein produzieren. Also, wenn am Sonntag Wahl gewesen wäre oder es war Wahl, Sie haben abgestimmt, dann ist die CDU auf 26,2 Prozent gekommen, die SPD auf 29,8 Prozent. All das kann ich hier in diesem Raum machen. So, und zwischendurch kein Wochenende ohne Schlachte. Die Schlachte ist nämlich hier, aber eine andere Schlachte ist zwar die verlängerte Schlachte in Bremen. Das ist ja auch die eigentliche Schlachte, woher das Wort kommt, und zwar Slakte. Und hier wurden ja früher die ganzen Dinger da, also die ganzen Schiffe, hier wurde ja gehandelt. Egal, ich blamier mich lieber nicht weiter. Man sieht, es gibt Burger, ein Chili-Cheese-Burger von Simple Burger, so ein Food Truck, der hier steht. Mal probieren. Das Fleisch ist sehr lecker. Ich gehe hier so auf. Das Brot ist ein bisschen trocken und mehlig, aber hat auch seinen Touch. Auf jeden Fall ist das Fleisch aus der Region. Und nochmal zur Schlachte hier in Bremen. Das kann man ja hier ganz klar sehen, überall wo diese Fähle stehen hier, wo die Schiffe dran festgemacht werden. Das ist eigentlich dieser Ausdruck Slakte, oder Slakt, oder keine Ahnung wie das genau heißt, aber da kommt auf jeden Fall der Name Schlachte her. Also nichts mit dem Schlachten von Tieren zu tun. Ja, jetzt haben wir einen leckeren Burger und dann geht es weiter bei unserem Event hier von Radio Bremen. So, worauf wir jetzt waren, Bremen 1, da können wir uns das Studio, glaube ich, gleich angucken. Auf jeden Fall, ja, solange ich lebe, läuft auch ab und zu mein Simones Küche Bremen 1. Da habe ich auf jeden Fall sogar mal beim Frühstücken mitgehört. Ja, ich bin gespannt. Und dann habe ich hier quasi einen Regler und jetzt würde ich alles, was drüben ist, hören. Und wenn ich mit ihm spreche, dann habe ich hier quasi einen Kommandoknopf und kann ihm meine Anweisung quasi geben. Kommen Sie bitte hinter mich. Hendo, hier gibt es hier interessante Sachen zu sehen. Wenn Sie da stehen bleiben, dann wird es hier allein bei sein. Heute mit vielen Gästen hier beim Tag der offenen Tür im Funkhaus von Radio Bremen. Pierre, hast du toll gemacht mit dem Wetter. Vielen Dank nochmal dafür. Grüße nach Ostau und Scharnbeck. Das relativiert ja auch die Leistung anderer so etwas hier. So, jetzt können wir noch ganz viel erzählen, was wir hier alles gemacht haben. Ich muss mal sagen, wir haben jetzt eben, glaube ich, zwei Stunden bei drei nach neun bei der Talkshow gesessen, um uns die verschiedenen Themen anzuhören. Fand ich total interessant. Ich fand es am interessantesten, wie sich viele Leute da, man konnte ja Fragen stellen, wie viele Leute da Diskussionen begonnen haben. Also, hat es ja auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Also, ich glaube... Ja, es war mit Zuschauerbeteiligung, das ist immer interessant. Ja, und ja, ich hoffe, wir konnten einiges vom Tag auf der Tür hier zeigen, von der ARD von Radio Bremen. Vieles ist sehr schwer zu filmen, weil es alles drin ist. Und auch dunkel und wir ja kein rauschiges Bild liefern wollen. Genau. Also, ich muss sagen, für mich war es ein großartiger Tag. Man kriegt auf jeden Fall Durst auf ein gutes Bremer Bier, nachdem man ja auch viel von Bremer Fernsehen und Radio gehört hat. Ja, ich glaube, wir gehen gleich mal nach Hause. Da sind wir wieder unterwegs, sogar bei schönem Wetter. Und wir haben ein Problem. Äh, ich kenne das Problem nicht, aber hier hatte wohl jemand... Simone ist auch dabei. Ja, stimmt. Wir haben sozusagen zwei Probleme. Nicht wundern, warum wir I und Bar gesagt haben. Und da hatte auch einer ein Problem. Das zeigen wir nicht, das zeigen wir nicht. Da hatte wohl gestern Abend einer ein Problem mit seinem Essen. Werder hat ja gestern gespielt, ne? Ja, wir haben gewonnen. So, ähm, was ist unser Problem? Simone weiß es vielleicht. Nee, weiß ich gar nicht. Das ist natürlich ein Luxusproblem. Wir werden bald nicht mehr wissen, so einfach, wo wir zum Essen immer hingehen. Ach so, ja. Zu Simone gehen wir garantiert nicht. Nee, zu Simone. Boah. Ja, wir sind auf dem Weg zum Feldmanns und das Traurige ist, dass dieses Restaurant leider schließt. Am Ende des Monats September 2023. Heute können wir da mal hingehen. Und noch ein paar Mal werden wir sicherlich dort sein. Aber für mich ist der Laden immer gut gewesen, weil, ähm, gut, es ist keine Gourmet-Küche, sag ich mal. Aber es war so schönes, einfaches Essen, was es da gibt. Und du hast da auch immer viel gefunden, ne? Ja, immer die gleichen Sachen, aber waren sehr gut. Und, äh, ja, die Atmosphäre war gut, weil das alles nette Leute da waren. Und irgendwie schade ist dieses, das war so unser Main-Lokal hier an der Schlachte. Ja, das stimmt. Also, man wusste, was man zu essen kriegt. Das war jetzt nicht, wie gesagt, Gourmet-Küche, aber für den Preis war es vollkommen okay. Und es hat jeder was gefunden irgendwie. Ich habe es auch immer hier Familien mit kleinen Kindern empfohlen. Und, also, ich finde es echt schade, schade, schade. Und bin gespannt, was dann als Neues dahin kommt. Also, man soll ja jedem eine Chance geben. Ja, aber erstmal gehen wir da nochmal hin jetzt und genießen nochmal den schönen Sonntag dort. Cola gibt es ja überall, auch auf dem T-Shirt. Ja, aber dieses leckere Bier hier, Hake weg. Für mich ist es ja das beste Prima Bier, wie schon oft gesagt. Das gibt es hier im Feldmanns. Besser kann man es nicht zapfen. Also, es hat schon ein bisschen länger hier gestanden. Die Schaumkrone sieht immer hier noch viel besser aus als jetzt. Und ich finde, aus diesen Gläsern, das ist einfach, ja, das wird mir wirklich fehlen, dass es an der Schlachte hier dann so nicht mehr geben wird. Das ist echt traurig. Aber wie gesagt, es ist ein Luxusproblem, ne? Was soll das denn jetzt? Du längst nicht, ich muss mich konzentrieren auf mein Foto. Das wird nämlich gerade nichts. Dabei sieht das so schön angerichtet aus. Ich habe nämlich Knipp, das ist schön daraus angebraten. Das ist ja eine norddeutsche Spezialität. Das ist irgendeine Grützwurst mit Kartoffeln und Gewürzgurke. Und die Jungs sind langweilig. Die haben immer mal das Gleiche hier. Wir haben zweimal Currywurst. Und das habe ich jetzt die letzten Male nicht genommen. Also bin ich nicht langweilig. Und ich werde es nochmal, ja, ich werde es richtig vermissen, glaube ich. Denn wo, wenn nicht hier, gibt es eine gute Currywurst an der Schlachte. Ich glaube, die gibt es sonst gar nicht. Ich wüsste hier etwas nicht, wo ich die kaufen sollte. Und die sieht bei dir mal köstlich aus. Ja, der Anblick gerade darf wohl etwas ungewöhnlich sein. Für mich ist es auch noch ungewöhnlich. Ich muss ein bisschen lauter sprechen, weil der Verkehr ist. Ich habe mit meinen Haaren nie wirklich was gemacht. Die waren halt einfach immer auf meinem Kopf. Und jetzt probiere ich mich ein bisschen aus. Vielleicht sieht es nächste Woche auch ganz anders aus. Ja, warum stehen wir hier mitten im Verkehr? Weil heute der große Tag gekommen ist. Nämlich, Simone ist auch mit dabei. Steht ein bisschen abseits heute mal. Wir holen das schicke Auto heute ab. Ich bin schon ganz aufgeregt. Also, ja, wirklich auf. Du auch, Stefan? Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, ja. Ich bin auch echt gespannt. Du wirst ja gleich das Auto ein bisschen einfahren, austesten. Wir machen einen kleinen Ausflug. Ja, und was wir gerade noch sagen, hatte ich wieder vergessen. Ist auch egal. Ach so, aber erstmal haben wir noch eine Stunde Straßenbahnfahrt vor uns in der Hitze. Und wie ist? Ich bin jetzt in die Elektronen. Die Technik hier eingewiesen worden. Und ich habe das meiste auch verstanden. Und das weißt du auch behalten. Handy ist schon gekoppelt. Alles schon fertig gemacht. Dann kommen wir mal losfahren gleich. So, Stefan, hast du dich schon eingefahren? Ja, es ist ein Gefühl für mich gerade, als wir in den USA im Urlaub, sondern gerade den Mietwagen in Empfang genommen haben. Nur hat man nicht so eine schöne Aussicht in Amerika. Aber das Wetter stimmt. 30,5 Grad immerhin gerade. Ja. Wir fahren jetzt Richtung Vüsselhövede. Kleine Spritztour machen. Aber ich muss sagen, der Wagen ist der Hammer. Also ich bin richtig froh, dass wir den Wagen uns gekauft haben. Ist natürlich eine Masse Geld, ist klar. Aber... Man benutzt das Auto ja auch permanent, also... Eher nicht. Wir fahren ja sehr selten Auto eigentlich. Aber man besitzt es permanent. Ja, ach so. Deswegen. Und vielleicht fahren wir erstmal öfters. Ich bin ja auch schon immer so selten Auto gefahren, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Auf einen Nicht-Automatikwagen. Ja, das ist total das Geilgeizte mit dem Automatik. Endlich. Endlich. Was soll ich sagen? Also ich freue mich ja auch total über dieses Auto. Also man war natürlich, als man sich dafür entschieden hat. Als man das gekauft und bezahlt hat, hat man sich schon gefreut. Aber als heute hier der Termin zur Übergabe war, wurde man nochmal aufgeregter irgendwie. Und ja, Stefan hat gerade die Freude, dass er hier als erstmal mit dem Auto fahren darf. Und ich habe vom Autohaus einen Blumenstrauß geschenkt bekommen. Finde ich sehr, sehr schön. Haben wir bisher noch nie bekommen, wenn wir uns ein Auto gekauft haben. Also ja, so hat jeder gerade so seins, würde ich sagen. Und ja, gucken wir mal gut, ob wir gut hier in Fisselhöfe da ankommen. Die Autobahn macht mich hier gerade etwas nervös. Ja, ich war ja so schwer bepackt noch und zwar haben wir nämlich unsere Drohne mitgenommen. Und ja, ich habe gedacht, wir machen hier in der Wallachai ein paar Drohnenaufnahmen von dem Auto. Und es ist total schön hier in der Abendsonne. Es ist ein Feld mit vertrockneten Sonnenblumen. Ja, wunderschön. Und ja, Fisselhövede. Warum Fisselhövede? Kurz gesagt, wir stammen aus Fisselhövede. Mehr oder weniger. Du und Simone, ich nicht. John nicht. Ja, und ich bin immer gerne hier. Jede Gelegenheit nutze ich, wo ich hier sein kann. Oder hier mal durchfahren kann. Finde ich immer schön. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie diese ländliche Gegend von oben aussieht. Läggen. Ja! Da. Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt gibt es noch ein schönes Abendessen. Müssen wir leider hier, weil es hier so voll ist, mit fremden Leuten am Tisch sitzen. Aber das geht ja. Ja, weil es zufälligerweise auch meine Großeltern sind. Und den Abend lassen wir jetzt ausklingen. Und das Video ist auch zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja ein Like hinterlassen und abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Noch abschließende Worte. Das Leben ist schön.